Servus und Grüß Gott, hier ist der Günther von CDBiBiK. Wer die Tour vom Hirschgarten im Lümpfenburger Schloss zum Olympiapark schon mal gefahren ist oder die eventuell vom Olympiapark zum Englischen Garten, der kennt den Ort her. Tollwutplatz. Tollwut heißt vom 27. Juni bis 22. Juli ist hier der Bärlos. Im Moment ist außerdem Zeit da hinter mir und dem Schriftzug da oben von Tollwut nicht viel zu sehen. Im Moment wird noch fleißig aufgebaut, aber das kommt schon noch und dann geht es los. Und dann könnt ihr, wenn ihr die Touren fahrt, die beim Olympiapark vorbeikommen, auf jeden Fall auch da vorbeischauen. Und ganz sicher, eins kann ich ja versprechen, wenn ihr es noch nicht kennt, das lohnt sich. Vorher lohnt es sich auf jeden Fall mal beim YouTube-Kanal von CDBiBiK vorbeizuschauen oder auf www.cdbibbike.de. Bis dahin, alles Gute und macht es gut. Servus und Grüß Gott. Bis dahin, alles Gute.